Du stehst mir in der Sonne, Mann. Wenn du Vorräte und Ausrüstung brauchst, müssen wir höchstwahrscheinlich raus. Wenn du Ärger kriegst, ist das deine Schuld. Pass auf, was du machst. Wahrscheinlich in einer der Anlagen, die wir gegenüber gesehen haben. Ich glaube, da waren wir schon mal drinnen. Naja, es wird also wieder Zeit für ein bisschen Quests. Wir sind fast Level 29. Wir gehen auf Hacking, denn ich möchte gerne zurück in die Vault 81, um das Geheimnis von Vault 81 vollständig zu lösen. Sonst dreh ich durch, sonst kann ich nicht schlafen. Und ich will schlafen. Wie hoch das geht. Ich kann das Ganze auch mit meiner Mauskorn liegen. Hä, wieso kann ich nicht runter? Okay, man kann mit der Maus alles drehen, aber man kann es nicht nach oben und nach unten bewegen. Das kann man nur mit dem Controller. Das ist sehr seltsam. Oder wahrscheinlich mit der Tastatur auch noch. Das seltsame ist, ich kann die Maus nur im Ladebildschirm benutzen, wenn der Controller angesteckt ist. So, ich muss da in die Richtung. Können wir bestimmt auch schnell hinreisen, oder? Da. Okay, wir müssen einfach rumlaufen. Ja, müssen wir einfach rumlaufen. Legendärer Supermutanten-Vollstrecker. Nö. Wir warten erstmal kurz. Und die? Bei Fuß. Das war wohl dein Gesicht. Und die Waffe ist cool. Und vor allem, sie hat noch nicht mal ihre maximale Stärke erreicht. Oh, hopp. Äh. Der ist gerade runtergefallen. Das ist mit dem Typ nicht in Ordnung. Das hat auch noch Leben verloren. Wie viele Legendäre sind da noch? Wo ist das? Gut, wo bist du hin? Hast du da eine fette Sniper? Der ist ein normaler Supermutant, ne? Wo ist der Legendäre von dir hin? Ich muss nichts gewissen. Das Geräusch da. Was zum Teufel war das? So habe ich nicht getroffen. Bin ich gerade ernsthaft überladen? Wodurch bin ich überladen? Ich bin tatsächlich überladen, ey. Okay. Ah. Ich habe natürlich die Stärke gegen, äh. Ademal, äh. Ich glaube der linke Arm, den wir vorher hatten, war Stärke, ne? Dadurch haben wir jetzt das Schleichen drinne. Schade eigentlich. Dennoch bin ich überladen. Das gefällt mir nicht. Das Problem ist, ich kann noch nichts sehen, was ich hier habe. Kann ich irgendwas wegwerfen, was ich nicht brauche? Habe ich irgendwelche Waffen mitgenommen, die ich nicht brauche? Was habe ich denn alles dabei, sag mal? Habe ich alles voller Schrott? Oh, er ist mutiert. Ich habe ja eigentlich gehofft, dass er sofort stirbt, wenn ich mit dem Kritischen daran gehe. Aber er mutiert natürlich. Naja, ich kann warten. Ich mache mir da jetzt keinen Stress. Ich kann mich verstecken, wie ich will. Aber der hat einfach nur da so billigen Super-Mutanten bei sich. So. Wo seid ihr jetzt? Da. Da. Ähm, Super-Hammer. Du nimmst beim Blocken eine Speise. Wieso kriege ich so eine Scheiße plötzlich? Na gut, wir hatten beim letzten Mal schon so gute Sachen bekommen. Ich will handeln. Achso. Toll. Das heißt, läuft er weg. Ähm, dann nimm doch einfach mal den Super-Hammer an dich. Äh, und... Was weiß ich hier alles, wenn wir rumlaufe. Äh, Kapitänsmütze kannst du gerne nehmen. Den Harsch kannst du gerne nehmen. Und all mein Schrott. Dann muss ich jetzt zwei Level erstmal auf Hacker gehen, bevor ich dann mehr Sachen tragen kann. Das ist so gemein. 50% mehr Sachen tragen, Freunde. Das wäre doch richtig cool. Naja. So ist das Leben eben. Es muss Beben geben. Kommen wir ab. Wer? 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 Was willst du denn jetzt schon wieder? Wo kommst du? Wieso? Wieso bist du halt tot? Wo kommst du her? Hast du irgendwie schlecht geschissen, oder was? Hä? Wer kommt einfach aus dem Nichts? Jetzt sind wir im Revier der Gander, ne? Hallo? Ich höre Supermutter. Ich höre Supermutter. What? Das Street Apartments. Ich glaube, da war ich sogar schon mal drin, ne? Vielleicht war ich die Lager noch gar nicht zu Hause. Wer weiß. Ich bin einer. Okay, noch nicht schießen. Noch nicht schießen. Erst wenn wir das Leuchten im Auge sehen. Jetzt. 93% alter. Ja komm, schieß. Ich muss sagen, ich habe mich an den Schwierigkeitsgrad gut angepasst. Mittlerweile läuft es ohne Probleme. Ja, und ich höre irgendwo natürlich, wie immer, einen Bot. Oh, Mann, komm zurück. Ich hatte gerade voll den Spaß. Ein Geschütz. Top. Und da ist Gummibonbons rausgekommen. Okay, ich suche aber eher Wein, um Gift herzustellen, beziehungsweise um die Raserei-Giftpillen herzustellen. Wenn wir dann jemanden ins Gesicht werfen. Nichts mehr zu sehen von Ihnen. Und werfen wir das einfach irgendwie so einen Legendären mitten im Haufen ins Gesicht. Oder schießen die mir das ins Gesicht, besser gesagt. Und freuen uns dann, Keks. Da läuft der Amok und tötet alles. Was genau hat das jetzt gebracht, diese Tür zu knacken? Kuckuck! Was zum Teufel? Sie sieht mich nicht mehr, aber sagt Kuckuck. Ja, dann guck, guck. Alter! Jetzt ist Licht nicht ausschalten. Nein, kann ich nicht. So einen sterblichen Lampen. Ich hasse das. Ich... Warum? Irgendwo noch mehr wieben? Was ist denn wie? Wieben sind der Teufel? Hey, süß, nett. Hallo? Du musst Kendra sein. Und du? Du bist die verrückte Person in dem Kostüm. Du hast Wayne Delancey umgebracht. Und du hast keinen Schimmer, mit wem du's zu tun hast. Oh, ich liebe das, wenn die kleine Fliege freiwillig ins Spinnennetz fliegt. Bist du eine Killerin? Nein, ich werde für markige Sprüche bezahlt. Leg dich nicht mit uns an. Sonst werden du und deine Leute sterben. Wer ist dein Boss? Eine wandelnde Leiche wie du hat sicher andere Probleme. Wir sind Wayne Halsen. Ja. Na gut. Wenn du schießen willst, ans Stadt zu reden, dann schießen wir ans Stadt zu reden. Ich habe kein Problem mit. Na? Wie gefällt dir das? Schön, ne? Vertrag. Shelly Tiller. Oh. Ich glaube, wir müssen nochmal Shelly Tiller suchen. Nice. Übrigens müssen wir noch ganz viele Mente jetzt verkaufen. Wenn wir also irgendwo vorbeikommen, dann Mente jetzt. Da. Den hier werden wir herstellen. Flasche mit Frostschutzmittel haben wir zu Hause. Ich freue mich drauf. Habe ich das nicht markiert? Naja. Was hast du hier noch? Jet. Ein Wecker. Ich klaue dir noch ein paar Sachen, ne? Gut. Dann würde ich sagen, werden wir noch eine zweite Person töten. Mal gucken, wo die sich befindet. Halt, ich wollte mir den Vertrag noch angucken, ne? Dann müssen wir wenigstens mit wem wir es zu tun haben. Okay. Ups, sorry. Beispiel, wenn ich nach meinem Trinken greife, dann schlage ich mit dem Mikro. Es tut mir echt leid. Aber da kommen auch die Schmerzen von meinem Finger her. Weil ich mir jedes Mal selbst verkrüppeln muss. Na, eigentlich. So, ähm... Wir müssen als nächstes... Töte, Chili. Ja, gut. Da gehen wir gleich mal hin. Vorher würde ich allerdings sehr gerne... Was ist das hier machen? Achso, hör, das ist selber schon dran. Ähm... Ins Inventar gehen und Diverses... Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Ja, Vertrag. Okay. Können wir dich angucken. Also reisen wir hin und töten sie. County Crossing. Müssen wir bitte diese Feinde in der Nähe? Was ist los, mein Kleiner? Achso, Medics. Danke. Das macht dir die Brille möglich, ne? So. Jetzt geht's. Holy shit. Was hat die schon immer so kaputt aus? Man muss dazu sagen, ähm... Die Kackbratzen waren früher mal Bären. Das hab ich damals nicht gewusst, dass das Bären waren. Irgendwie... Vorher soll man auch wissen, wie Bären nackt aussehen. Auch so sehen Bären nackt aus, Freunde. Ups. War ich nicht. Das ist Fakt. Wir waren hier doch schon mal, ne? Was war hier? Oder haben wir das nur kurz erkundet? Das kommt mir auch so bekannt vor. Ich mein, wir haben den Ort natürlich erkundet gehabt. Folge dem Notsignal. Ja, ich war hier schon mal. Trainingsgelände Nationalgarde. Ach, ich war da, bei dem Schuppen. Ich verstehe. Das ist natürlich was anderes. War ich hier noch nicht drin. Das ist, äh, glaube ich, eins, was ohne Ladeskrieg, oder? Ne. Gucken wir mal rein. Da hört sich aber nicht so gut an da drin, weil da könnte jetzt jederzeit ein Geschützer auf uns stürmen. Das heißt, eventuell müssen wir einen anderen Eingang wählen. Schule. Und suchen wir uns hier mal ein bisschen zurecht. Oh, das ist ein Stück normale Gule. Wieso? Und ich kann mein Visier nicht sehen. Soll ich etwas töten, wo ich mein Visier nicht sehen kann? Jetzt baste ich mir da so ein Visier an, wenn ich nichts sehen kann. So, was haben wir hier? Kram. Aufbereitetes Wasser. Nehme ich doch gerne. Hier könnte ich schlafen zur Not. Oh, der Signalstärke versteckt sich. Signalstärke wird kleiner. Untersuche den Kampfschauplatz. Ritter Astlin. Fusions-Zente. Ritter Astlin-Soloband. Durchmöglich mal an. Automatische Laserpistole. Pff, ja, ne. Das brauche ich nicht, ne? Na gut, hören wir uns das holen mal dann. Ja, ist ja gut. Tja. Scheiß Unsichtbarkeit. Äh, aber ich hab mich mittlerweile dran gewöhnt. Also es ist nicht so, dass es mich jetzt aufregt. Ich hab mich mittlerweile dran gewöhnt. Ähm... Ritter Terra Astlin. Stell an der Bruderschaft. Erkundungsteam 429 Alpha. Seriennummer 3431. Es ist drei Stunden her, dass ich meinen Notrufsender aktiviert habe. Noch immer keine Nachricht vom Paladin oder Ferris. Ihr Ziel war die Satellitenstation an der Küste. Vielleicht sind sie außerhalb der Reichweite. Meine Befehle lauten diese Position, um jeden Preis zu halten. Die gesamte Anlage wurde überrannt. Lange wird die Tür nicht mehr halten. Paladin Brandis, Sir. Es war mir eine Ehre. Melde dich wieder bei Paladin Dads. Okay. Haben wir zwischendurch nochmal einen anderen Request gelöst. Okay, von euch liegt keiner mehr, ne? Das ist nett. Das ist gut. Ihr könnt ruhig alle tot sein. Ach, die, ich habe hier sowieso persönlich getötet. Passwort der Nationale... Ah. Ja. So kommen wir auch rein mit dem Passwort. Kann auch sein, dass wir in Volt 81 da irgendwie ein Passwort gefunden hätten, aber... Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Alter, jetzt lass mich... Oh Gott, wieso kann ich hier nicht springen? Die Decke ist gar nicht so hoch. Ne. Oh, den Ventilator. Das heißt, die sich immer noch drehen. Nach 200 Jahren drehen sich einfach mal die Ventilatoren noch. Entschuldigung? Es könnten ein paar richtig böse Leute kommen. Hier ist es nicht sicher. Und die soll ich töten? Das heißt, die Auftragsgeberin oder was? Ach, ne. Ach, ich habe mir einfach mal... Ich habe mir einfach den Auftrag geschnappt und habe sie umgebracht. Ich verstehe. Was mich aber jetzt interessieren würde, wenn wir schon mal hier sind... Sturmgewehr, Stachzigaretten. Sicherheits-Türsteuerung. Tür öffnen. Trainingsgelände Nationalgarde. Gehe ich jetzt raus? Das wird hier eh langsam verrückt, Alter. Aber ich kann nichts dafür. Es ist einfach so spannend. Ich muss einfach rüber reingucken. Yo. Aber ich hätte nicht auf den Kopf ziehen sollen. Einfach auf den Tor so, weil da ist die Zielgenauigkeit viel höher. Und bei den Ghoulen ist es scheißegal. Das werde ich den Kopf bei denen abhauen und sie bewegen sich ja trotzdem. Das wussten wir ja schon. Das haben wir schon kennengelernt. Gefahr. 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 Wir haben auch keine Munition noch für die. Wir benutzen weiterhin die jetzt. Seit wann? Ist die da oben? Ich muss mich auch noch mit dir abgeben. Ich muss mich auch noch mit dir abgeben. Ich wollte nur das Geschütz kaputt machen. Und wo kommt das her? Komm ich da jetzt noch raus? Kaserne. Auf jeden Fall noch ein anderes Visier für diese Waffe. Für meinen Pau Pau. Oder ich besorge mir eine andere Waffe mit der Munition. Das wäre natürlich noch um einiges geiler. Vielleicht kann ich mit der Pistole umwandeln. Das wäre es doch. Das wäre eigentlich ideal. Ja und wieder tschüss. So. Einfach mal aufs Bein schießen. Weil ich es kann. Ich liebe es. Auf dem Bein habe ich kaum Schaden bei denen gemacht. Du bist nur ein billiger Wilder Ghoul. Du bist nur ein billiger Wilder Ghoul. Du auch. Du offensichtlich nicht Kollege. So. Ich muss da unbedingt auf meine AP warten. Scheiße. Nein. 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 Oh. Wie mir welche Munition ausgegangen ist. Unendlichkeit. Unendlichkeit brauche ich. Wie cool was mit Unendlichkeit wäre. Hm. Na ja. Ich habe gerade abgespeichert. Okay. Da waren ja nur durchstück normalen. Was hast du denn da? Warte. Das ist mal ein Moonwalk. Das ist mit dir nicht in Ordnung. Okay. Na gut. Wir kümmern uns erstmal um den Legendären hier. Ach jetzt schlüpst du plötzlich sofort. Leck mich. Kans ehrlich. Leck mich. Kampflente. Ich brauche heute ein zusätzliches Geschoss ab. Ja. Super. Okay. Wir haben irgendeine Tür geöffnet. Ich hoffe das war gut. Ach da. Du bist das Ding. Ich wollte gerade sagen was raus steht die ganze Zeit. Das hat mich wohl genervt. Na gut. Schauen wir uns mal mal weiter um. Was wir hier bekommen. Hoffentlich eine legendäre Waffe. Äh. Von unten kommen wir ne. Das ist die besagte Tür. Wir die Gewürr geöffnet haben. Wir kommen wie schnell herunter. Zu wissen. Noch irgendwo jemand? Oh ein Bettchen. Natürlich kann ich nicht drin schlafen. Ich hab kurz gedacht, du wärst legendär. Hätte mich gefreut. Jetzt macht der auch noch einen Moonwalk, oder was? Hä? Okay. Ich vermute mal, wir haben gerade ein kleines Problemchen. Problem gelöst. Zum Glück hab ich eine Waffe mit quasi unendlichem Munition. Und diese Waffe mit Unendlichkeit, das wär's, Freunde. Kann ich draufhämmern ohne Ende. Das wär cool. So. Ah, ich kann doch schlafen. Obwohl wir nicht mehr fein, die in der Nähe sind. Das heißt, irgendetwas lebt hier noch. Und da ich nicht weiß, ob dieses irgendetwas legendär ist, speichere ich lieber ab. Ich hab mich richtig jetzt dran gewöhnt, die ganze Zeit zu speichern. Immer bei jedem kleinsten Schritt. Noch jemand hier? Ein Littringglas. So. Holy shit. Oh. Was hab ich denn gemacht? Oh, go. Willst du mich noch mehr erschrecken, oder was? Alter. Dein Ernst. Oh Gott. Stell dich doch gleich auf mich drauf. Oh, ich bin wieder überladen, ne? Die Karotten nehm ich mir mal mit und die Tathos nehm ich mit. So, und die? Psst. Äh, nimm mal wieder... Ne, nicht die Hilfsmittel. Äh, mein Schrott. So, ein Level brauchen wir noch. Dann können wir endlich wieder zurück in Volt 81. Und es geht recht schnell. Recht fix. Find ich gut. Kommen wir von da? Ey, wir kommen nicht von da, oder? Doch, doch, doch. Trainingsgelände. Wir kommen von hier. Ja, logisch kommen wir von hier. Aber wieso konnten wir die Tür da oben aufmachen? Aber jetzt sind wir wirklich hier lang gegangen? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Komme ich von da? Oder von wo komme ich jetzt? Also, wo ist jetzt die... Die Tür, die wir geöffnet haben? Die Tür, die wir geöffnet haben, war diese hier, ne? Dementsprechend kamen wir von hier. Von hier kamen wir, ne? Ja, gut. Gut, ja, gut. Von hier kommen wir. Dann weiß ich Bescheid. Wo wir lang müssen. Ist ja verwirrend. Plötzlich habe ich da zwei Nadeln. Wieso? Wahrnehmungswackelpuppe. Ich glaube, die zeigen die Wackelpuppen im Ladebeschirm extra da an, wo die sind. Ich weiß ja nicht. Ich fühle mich ein bisschen verarscht davon. Nicht ganz ehrlich. Huch. Termine. Was? So, komme ich wieder raus, oder was? Was? Ja, ob ich mich verarscht fühle, auf jeden Fall. Was hat denn das gebracht, mich da jetzt durchzuwühlen? Dann wollte ich mal einen Schatz hier bekommen. Ja. Noch eins irgendwo? Offensichtlich nicht. Es schillt er sich da auch hin. Jetzt ehrlich. Und er ist selber schuld. Okay. Naja, aber wir können auch in dieses Gebäude reingehen. Alles gut. Wenn wir mal schlafen sollen. Das ist ein Wirti-Wirt. Waffenkammer der Nationalgarde. Ich glaube, wir haben die Waffenkammer geöffnet, ne? Ich glaube, wir haben das Ganze für die Waffenkammer gemacht. Holy shit. Okay, Glasfossoptik. Hoppla. Er trocknet da wieder gut, schon wieder. Okay, wir werden die Tür erstmal nicht öffnen. Ich glaube, dich zu reaktivieren wäre, glaube ich, schlau, ne? Dann könntest du mich vor dem vertrockten Ghoul beschützen. Hä? Ja. Zuckerwumpen nehme ich gerne. Aber das tue ich auch sehr gerne. Ausnahmsweise mal alles mitnehmen. Okay, dich reaktiviere ich höchstwahrscheinlich damit, ne? Oder kann ich dich von hier aus schon treffen? Ich kann dich von hier aus fertig machen, aber... Oh! Zum Glück habe ich die, äh... Die, die Kernen nicht weggelegt. Nein, ich will nicht die Tür öffnen. Nicht die Tür öffnen. Nicht die Tür öffnen. Nicht, solange der noch lebt. Wie reaktiviere ich dich? Na gut. Probieren wir unser Glück. Und was, wenn wir kritische machen? Der kritische trifft doch immer. Ja, sauber. Der kritische trifft immer. So, ich will die Powerrüstung. Und was ist das? Und was ist das? Ich will die. Und was ist das? Und was... huch x01 torse was ist ein x01 ja keine nummer wieso nicht ich will zurück in meine genau ja finde ich auf jeden fall nice damit kann ich leben nur ich mache mir jetzt nicht mehr unsichtbar oder eigentlich na gut was war das gerade wo ich ach so dass man da mein dart ich habe na ja gut und lass uns mal rausgehen so wir sind auf jeden fall schon mal eine power rüstung reicher die x01 was hat er geschrieben gerade nicht schnell speichern lieber schnell speichern okay das war gerade ein sehr sehr schlechter speicherstand und gewissen was uns draußen erwartet über den hier das ist auch noch gegen so ein scheiß bot kämpfen oh mein gott vielleicht können wir uns irgendwo verstecken vielleicht findet er uns nicht ich habe gar nichts getan drecksviech hübsmittel ich überhaupt noch irgendwas richtiges nahrungsmittel mäßiges der ist schneller als ich er gibt mir den saft aus visionskern kann ich aber nicht treffen oh genau bot mach die fliege fertig fliege finde ich doch schlimmer als dich okay ist die fliege du willst aufs maul fliege du willst aufs maul den kopf kann ich nicht treffen ich bin versteckt okay wo ist das mist viel jetzt muss sie markieren am besten auch für die fusionskerne schießen da bist du schon mal markiert mein freund da bist du schon mal markiert jetzt lass mich nur noch deine fusionskerne sehen und alle sind wir glücklich das große ding hier oder was das wird sich wirklich gebracht das hast du für resistenzen achso das bist du der wachbord ne äh strom war super lass mich doch mal in ruhe geht dir nicht bald mal der saft aus ich weiß nicht wie ich gegen die kämpfen soll am besten ja gar nicht was habe ich denn waffen kryo mine du bist normaler schaden ne impulsmine ich musste ihn in eine falle locken ich weiß nicht wo du lang gehst du bist wahrscheinlich hier ne du preis komm her komm her ist das ding jetzt aufgegangen ja ist es ok er hat gar nichts verloren holy shit ich hätte dir das beigebracht fuck it hier passt er nicht durch alter was hat er drauf der typ ist ja krank ok die auf gut glück knarre jetzt machen wir ihn fertig ja jetzt machen wir ihn fertig okay freunde aber dann reicht es auch er ist nicht mehr markiert ne ich kann ihn hören wo willst du hin sag mal ok ich muss mich kurz heilen ich habe vergessen dass ich mich durchgehend heilen muss oder durch heilen muss erstmal bevor ich ihn angreife ja er passt gar nicht erst durch die tür stimmt er passt ja gar nicht durch den schlitz da vorne da war ja was so dann würde ich sagen ziehen wir uns doch mal ein bisschen was zu essen rein und schauen lassen sie doch laden wir uns schnell mal auf der typ ist einfach nur krank drauf ganz ehrlich da war ich so seine seine power ist da mitgenommen weil die irgendwie richtig cool ist aber sind sie alle immer verrostet ist das normal dass sie verrostet ist muss man die erstmal selbst aufplatteln jetzt muss ich noch raus hinten so das tat weh aber gut du gehst nur wenigstens Fusionskern ach ok freunde damit hätten wir es geschafft und ich würde sagen wir reisen mal zurück nach hause und sehen uns morgen wieder an einem neuen wunderschönen Tag haut rein euer Zero tschüss